Hi, ich bin Mimi, ich bin Tattoo-Model und Content-Creator und seit 2018 auch als Wacken-Investor da am Start. Also ich habe den Sound angeschlossen, ich habe ihn aufgebaut und als ich ihn wirklich dann in Betrieb genommen habe, der Sound war richtig wuchtig und voll, das hat mich auf jeden Fall direkt umgehauen. Wahnsinn, das Teil. Den ersten Song, den ich auf meinen Xounds abgespielt habe, war Savia von Any Given Day. Und der Fun-Fact ist, dass mein Freund auch in der Band spielt und den Song auch selber produziert hat und da hat man ja nochmal mehr in Bezug zu dem Song und ich höre den Song ja auch super gerne und über den Xounds hat es nochmal ganz anders geklogen, noch ein ganz anderes Erlebnis. Das fand ich richtig schön. Am liebsten an meinem Xounds mag ich das 360-Grad-Erlebnis, den vollen Sound, egal wo ich in der Wohnung bin. Es klingt einfach voll und nicht so nur in eine Richtung, sondern du kannst wirklich den Sound überall genießen in der Wohnung. Die Soundqualität von meinem Xounds ist auf jeden Fall mächtig, so richtig mit einem Wow-Effekt. Also es ist einmalig, würde ich sagen. Es ist halt ein anderes Sound-Erlebnis als jetzt die Standardanlage oder das man halt vorher hatte. Als ich meinen Lieblingssong über den Xounds abgespielt habe, war das fast so, als hätte ich den zum ersten Mal wieder gehört. Also du hast ihn ganz anders wahrgenommen, die Details auch und es war ein echt schönes Gefühl gewesen. Also früher habe ich Musik gehört und jetzt ist es eher so, dass ich die Musik wirklich fühle, dass man sich wirklich bewusst wahrnimmt und genießt. Also keine Nebenwahlbeschadung, sondern du machst dir deine Playlist an oder deinen Lieblingssong und kannst wirklich mal dich hinsetzen, genießen. Und auch die Farbfunktion von Xounds mit der Lampe ist auch wunderbar, weil die sich ja auch an Musik anpasst oder du kannst sie einstellen mit einem bestimmten Farbschema. Das macht das alles nochmal zu einem richtigen Erlebnis. Also ich finde, dass Xounds und Wacken das perfekte Match sind, weil man dieses Konzert- und Festivalfeeling nach Hause ins Wohnzimmer bekommt. Und gerade jetzt, wo wir das Gefühl nicht genießen können, auf dem Wacken über den Holy Ground zu schlendern, ist es schön einfach diesen vollen Sound von Rockmusik nach Hause zu holen. Also ich würde jedem Wacken-Fan empfehlen, sich auch so einen Sound zuzulegen. Er sieht auch wunderschön aus und bringt noch mehr Wacken-Feeling nach Hause.